Ja Leute, jetzt ist es offiziell. Viele Spekulationen gab es um diese Personalie. Oliver Hüsing kehrt zurück zu unserem FC Hansa. Ablöse frei kommt er vom Absteiger. Arminia Bielefeld ist 30 Jahre alt. Ein erfahrener Innenverteidiger. Und ich sag mal so, alle guten Dinge sind drei. Auch wenn viele ihn vielleicht nicht mehr leiden können. Gebt ihm die Chance. Ich muss auch wirklich, ich muss mit mir ringen. Aber wenn man ehrlich ist, ist dieser Transfer vielleicht gar nicht so blöd. Ihr wisst es, wir sind in akuter Innenverteidigernot. Hatten eigentlich nur Rossi und Thomas Meissner fest. Bei Rick van Drongelen ist jetzt ein dickes, dickes Fragezeichen dahinter. Hoffentlich können wir ihn auch noch weiterhin bei uns behalten. Dann haben wir glaube ich eine richtig stramme Innenverteidigung. Mit Hüsing, einem absoluten Führungsspieler. Rick van Drongelen und Damian Rosbach wäre schon wirklich bombastisch. Bombastisch, nur schwinden doch so allmählich die Hoffnungen, einen Rick van Drongelen zu halten. Trotz alledem muss man erstmal Oliver Hüsing herzlich willkommen heißen. Ich weiß, es ist schwierig, nach dieser ganzen Vergangenheit ihn zu akzeptieren. Dennoch muss ich sagen, das ist Profifußball. Man muss gucken, was man in diesen Jahren an Geld verdient. Vor allem in den unterklassigen Ligen. Ich kann mich nur wiederholen. Und es ist völlig legitim, damals von der dritten Liga bei unserem FC Hansa in die zweite zu wechseln. Für die Perspektive, auch fürs Portemonnaie selbstverständlich. Sich jetzt im letzten Sommer, das ist eher natürlich der Punkt, den wir alle oder der bei uns sauer aufstößt. Dass er sich für Arminia Bielefeld entschieden hat, gegen unseren FC Hansa. Wer hätte damit rechnen sollen, dass Arminia Bielefeld als Erstliga-Absteiger tatsächlich in die dritte Liga durchgereicht wird. 1,93 groß. 24 Spiele mit der Arminia gespielt. Ein Tor geschossen. Immer kopfballstark gewesen. Durch Ecken. Das ist genau das, was wir brauchen. Ein Innenverteidiger, der auch mal Tore schießt. Durch Standards, wie er jetzt noch gefährlicher ist. Einfach die Erfahrung mitbringt und einer der besten Zweitliga-Verteidiger ist. Vor allem zu seiner Heidenheimer Zeit. Das kann man nicht abstreiten. Die Frage bleibt dennoch, ob Oliver Hüsing nochmal zu seiner alten Leistung zurückfinden kann. Denn wenn man ehrlich ist, hat er auch bei Bielefeld nicht wirklich gut ausgesehen. Seinen Stammplatz verloren gehabt und öfters mal Tempo-Defizite. Wollen wir mal hoffen, dass es einfach an der gesamten Bielefelder Mannschaft lag. Dass es nicht wirklich stimmig war. Ja, das wird man dann sehen. Sonst bin ich mir eigentlich sicher, dass ein Oliver Hüsing in Topform uns weiterhelfen kann. Eure Meinung zum Hüsing-Transfer gerne in die Kommentare. Ich habe mich mittlerweile damit abgefunden und muss auch sagen, dass ich froh über diesen Transfer bin. Weil ich wirklich nicht weiß, was wir sonst für einen Innenverteidiger geholt hätten. Wieder aus der dritten Liga ein oder aus der vierten. Da hätten dann die meisten auch wieder, sage ich mal, gemeckert. Und jetzt haben wir einen gestandenen Zweitliga-Verteidiger an Land holen können. Denke ich kapiert hat, dass er genau bei Hansa an der richtigen Adresse ist. Er kann es kaum erwarten, wieder im Ostseestadion auflaufen zu dürfen. Und ich glaube, das ist doch schon Grund alleine, ihm jetzt nochmal die Chance zu geben. Was soll man sonst anderes noch machen? Er ist jetzt wieder Teil unseres Vereins. Da bringt es dann auch nichts, gegen diesen Spieler zu schießen. So sehe ich das. Heißt ihm ganz herzlich willkommen und hoffe, dass er viel, viel, viel Leidenschaft, Energie, Physis wieder reinbringt in unser Spiel, in unsere Defensive. Ich glaube, unter Alois Schwarz könnte er eine richtig wichtige Figur werden. Nicht ohne Grund haben wir ihm den Spitznamen Captain America gegeben. Er wird Stabilität reinbringen, da bin ich mir sicher. Jetzt bedanke ich mich für euer Feedback. Lass gerne einen Daumen nach oben da. Ein Abo wäre auch immer sehr, sehr cool. Oliver Hüsing, gib alles. Zeig uns Fans, dass du es zu schätzen weißt, hier zu spielen. Und dann kann man gar nichts mehr sagen. Er kann es eigentlich nur mit guten Leistungen zurückgeben und ich denke, das weiß er auch. Also bleibt stabil, haut rein und bis zum nächsten Mal.